Gerd Kommer, der schon häufiger hier zu Gast auf unserem Kanal war, ist eine der Personen, die passives Investieren in ETFs hier in Deutschland maßgeblich bekannt gemacht haben. Jetzt hat er im Sommer diesen Jahres seinen eigenen ETF auf den Markt gebracht und viele von euch aus der Community haben uns zu diesem ETF Fragen gestellt. Deswegen schauen wir uns in diesem Video den ETF mal genauer an, schauen uns mal an, was die Besonderheiten sind, wie er sich zusammensetzt und klären auch schlussendlich, ob man in diesen investieren sollte oder nicht. Viel Spaß beim Video. Hi, mein Name ist Thomas, ich bin Gründer von Finanzus und heute beschäftigen wir uns mal mit einem ganz besonderen ETF, nämlich von einer Person, die schon häufiger hier zu Gast war, Gerd Kommer. Hier auf dem Kanal haben wir uns ja schon verschiedene ETFs und auch einzelne Strategien angeschaut und da darf der Gerd Kommer ETF natürlich nicht fehlen. Der Kommer ETF kam Ende Juni diesen Jahres auf den Markt. Ihr habt vielfach aus der Community danach gefragt, dass wir uns diesen ETF einmal anschauen. Aber wie so oft springen wir ja nicht auf die neuesten ETF-Trends auf, sondern empfehlen immer erstmal den ETF ein bisschen laufen zu lassen und sich einmal anzuschauen, wie das Ganze sich entwickelt. Mittlerweile hat der Kommer ETF die Marke von über 100 Millionen US-Dollar Fondsvolumen überschritten und deswegen dachten wir, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ein Video dazu zu produzieren, etwas verspätet, dafür mit umso mehr Details. Aber legen wir jetzt direkt los und checken mal, ob der ETF genauso cool ist wie Gerd Kommer selbst. Wer sich im ETF-Bereich auskennt, weiß, dass es zu einem ETF auch einen Index geben muss und deswegen hat das Team von Gerd Kommer gemeinsam mit Selective auch einen eigenen Index aufgesetzt, nämlich den Selective Gerd Kommer Multifaktor Equities Index. Um auf diesen Index einen ETF aufzusetzen, braucht man einen größeren ETF-Anbieter und das ist in diesem Fall LNG Investment Management. Deswegen heißt der ETF auch LNG Gerd Kommer Multifaktor Equity ETF. Schauen wir uns diesen jetzt mal im Detail an und starten zunächst einmal mit der Zusammensetzung. Wie setzt sich also der Index zusammen und daraus folgend auch entsprechend der ETF? Zunächst einmal handelt es sich um einen hundertprozentigen Aktien-ETF. Es gibt also außer kleinen Cash-Beständen keine andere Anlageklasse wie beispielsweise Anleihen. Insgesamt sind zum Oktober fast 2500 Aktien in diesem ETF enthalten. Der Index ist nochmal ein bisschen breiter gefasst. Hier sind fast 5000 Aktien drin. Der Unterschied zwischen der im Index enthaltenen und dem ETF enthaltenen Aktien liegt an der Replikationsmethode. Wir haben hier keine volle Replikation, das heißt, wo alle Aktien gekauft werden, sondern ein sogenanntes optimiertes Sampling. Das heißt konkret, nicht alle Aktien werden gekauft, sondern nur die Aktien werden gekauft, die einen hohen Einfluss auf die Wertentwicklung haben. Das sollte zur Folge haben, dass der ETF den Index ziemlich nah abbildet, aber nicht alle Aktien gekauft werden müssen, was wiederum niedrigere Kosten bedeutet. Gerade wenn neue, so breit diversifizierte ETFs an den Markt gebracht werden, ist das nicht unüblich. Es kann aber gut sein, dass wenn der ETF im Fondsvolumen größer wird, dass dann noch mehr und mehr Aktien Einzug in den ETF finden. Das war zum Beispiel auch der Fall beim SPIDER, MSCI, ACWI, IMI, ein sehr, sehr breit gestreuter Index, der zunächst im ETF mit deutlich weniger Werten gestartet ist, als im Index vorhanden. Diese Werte dann aber nach und nach aufgestockt wurden, je größer der ETF wurde. Kommen wir nun zur ersten Besonderheit des Komma-ETFs, nämlich der Ländergewichtung. Zunächst einmal finden wir im Komma-ETF Aktien aus Industrieländern, aber auch aus Schwellenländern. Das kennt man zum Beispiel von Indizes wie zum Beispiel dem FUZI All World oder dem eben genannten MSCI ACWI. Der größte Unterschied des Komma-ETFs mit diesen beiden Indizes ist aber, dass der Komma-ETF nicht ausschließlich nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das ist bei Aktienindizes ziemlich üblich. Konkret bedeutet das, je größer eine Aktie ist, desto mehr Gewicht findet sie in einem Index. Und je mehr große und gewichtige Aktien in einem Land vertreten sind, desto größer auch die Ländergewichtung in einem ETF. Das ist die übliche Methodik, mit der Aktien-ETFs gewichtet werden. Bei Komma ist das ein bisschen anders. Hier wird zur Hälfte nach Marktkapitalisierung gewichtet und zur anderen Hälfte nach Bruttoinlandsprodukt des entsprechenden Landes. Konkret sieht die Formel so aus. Das Gewicht eines Landes im Index hängt also zur Hälfte von der Marktkapitalisierung der in diesem Land ansässigen Unternehmen ab und zur anderen Hälfte von seiner Wirtschaftskraft, also seinem Bruttoinlandsprodukt. Die größte Konsequenz aus dieser Gewichtungsverschiebung ist, dass die USA ein deutlich reduziertes Gewicht haben im Vergleich zu anderen Weltindizes. Konkret sieht die Ländergewichtung des Get-Komma-ETFs so aus. 48% sind in den USA investiert, 6% in Japan, 5% in China, 4% im Vereinigten Königreich, 3% in Frankreich, 3% in Deutschland und so weiter. Vergleichen wir das mal mit der Ländergewichtung eines ACWI-Indexes, sind hier die USA mit 61% deutlich stärker gewichtet. Die Hauptunterschiede sind also, dass bei Komma die USA deutlich weniger gewichtet sind, China ein höheres Gewicht hat und auch Europa mehr Gewicht im Index hat. Welche die Logik dahinter ist, also warum es sinnvoll sein kann, nach Bruttoinlandsprodukt zu gewichten, das haben wir in diesem Video etwas ausführlicher beantwortet. Bruttoinlandgewichtete ETFs sind extrem selten. Deswegen ist das schon eine große Unterscheidung, die Gottkomma hier fährt, zur Hälfte nach Marktkapitalisierung und zur Hälfte nach Bruttoinlandsprodukt zu gewichten. Sobald die Ländergewichtung steht, geht es dann um die Gewichtung der einzelnen Aktien, die in den Ländern vorhanden sind. Diese lassen sich natürlich nicht nach Bruttoinlandsprodukt gewichten, denn einzelne Aktien haben ja kein Bruttoinlandsprodukt und dementsprechend werden die Aktien innerhalb eines Landes nach Marktkapitalisierung gewichtet. Steht also einmal fest, wie groß der Eimer eines gewissen Landes ist, beispielsweise den USA oder Deutschland, dann wird innerhalb dieses Eimers geguckt, wie der mit der Gewichtung der unterschiedlichen Aktien befüllt wird. Zusätzlich zur Gewichtung nach Marktkapitalisierung gibt es aber noch drei weitere Faktoren, die bei der Auswahl der Aktien mit berücksichtigt werden. Das sind zunächst einmal Faktorprämien, dann das sogenannte Loser-Screening und dann ein ESG-Screening. Schauen wir uns der Reihe nach an, was dahinter steckt, starten wir mit den Faktorprämien. Faktoren sind einfach gesagt Eigenschaften von Unternehmen, von denen man sich verspricht, dass sie einen kleinen Renditebooster bringen. So erhofft man sich zum Beispiel, dass kleinere Unternehmen langfristig höhere Renditen abwerfen, weil sie an sich etwas riskanter sind. Hierzu gibt es auch viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, wobei man sich in der Wissenschaft auch nicht immer 100% einig über die Existenz von Faktoren ist. Wichtig zu wissen ist auch hier, dass ein Faktor keine Garantie ist. Das heißt, man erhofft sich zwar, dass kleinere Unternehmen langfristig besser laufen. Es gibt aber immer wieder Phasen, wo diese Faktoren auch negativ sind, also Unterrenditen liefern. Das war zum Beispiel gerade in den letzten Jahren beim sogenannten Value-Faktor der Fall. Value-Unternehmen sind deutlich schlechter gelaufen als ihr gegenüber, nämlich die Growth-Aktien. Insgesamt möchte Gerd Kommer fünf Faktoren mit berücksichtigen, nämlich Size, Value, Quality, Investment und Momentum. Momentum. Jedes Unternehmen wird auf diese verschiedenen Faktoren geprüft und je nachdem, wie gut oder schlecht dieses Unternehmen abschneidet, wird es stärker oder weniger stark gewichtet. Anders als man es jetzt vom Multi-Faktor-Investment-Ansatz kennt, fliegen Unternehmen hier also nicht systematisch raus, die den Faktorkriterien nicht entsprechen, sondern es hat vor allem einen Einfluss auf die Gewichtung. Schauen wir uns mal an, wie der Value-Faktor berechnet wird. Dieser ist ein Mittelwert aus drei Kennzahlen eines Unternehmens. Einmal das KBV, das Kursbuchverhältnis, das KGV, das Kursgewinnverhältnis und einmal das sogenannte Enterprise Value zu EBITDA-Verhältnis. Diese drei Zahlen werden gemittelt. Je niedriger das Ergebnis ist, desto höher wird die Aktie gewichtet, denn man geht davon aus, dass das eine besondere Value-Aktie ist. Ein weiterer Faktor, der im Marketing zwar beworben wird, der aber hier in der Gewichtung tatsächlich nicht mit berücksichtigt wird, zumindest nicht, wenn man sich die Formeln anschaut, ist der sogenannte Political Risk Faktor. Dieser besagt, dass Aktien aus einem politisch instabileren Umfeld, beispielsweise gewisse Schwellenländer, ein höheres politisches Risiko haben und deswegen eine Überrendite abwerfen sollten. Dieser Faktor lässt sich aber nur schwierig messen, deswegen argumentiert Commer damit, dass es ja durch die BIP-Gewichtung implizit mit drin ist. Das stimmt bei Beispielen wie zum Beispiel China. China hat zum Beispiel ein höheres Gewicht in der Marktkapitalisierung und sicherlich auch ein impliziertes erhöhtes Political Risk Premium. Aber auf der anderen Seite hat auch Deutschland ein höheres Gewicht und hier würde ich sagen, dass hier kein politischer Risk Faktor mit drin ist. Soweit zum Faktor Screening. Jetzt gibt es ja noch zwei weitere Screenings, die ich ziemlich interessant finde. Starten wir mit dem Losers Screening, was ich so zum ersten Mal höre. Dieses Losers Screening hat tatsächlich nichts mehr mit der Gewichtung zu tun, sondern sorgt dafür, dass Aktien aus dem Investment-Universum herausgeschmissen werden. Das sind nämlich die 0,5% aller Aktien, die das höchste Short Interest haben, also Aktien, die von Marktteilnehmern besonders geschortet werden, also wo auf fallende Kurse gesetzt wird. Und ein weiteres Ausschlusskriterium sind sogenannte IPO-Aktien, also alle Aktien, die weniger als zwölf Monate Börsenhistorie haben, werden ebenfalls rausgeschmissen. Dieses Losers Screening klingt zunächst einmal nachvollziehbar, denn es gibt ja viele Papers, die zeigen, dass IPO-Aktien unterperformen. Insgesamt dürfte dieses Screening aber einen ziemlich marginalen Einfluss auf die Gesamtrendite und Gesamtallokation haben, bei einem so breit diversifizierten ETF. Kommen wir zum letzten Faktor, der die Aktiengewichtung beeinflusst und das ist das sogenannte ESG-Screening. Das ist ein gewisses Nachhaltigkeits-Screening, welches folgende Kriterien berücksichtigt. Zunächst einmal werden die Top 3% aller Aktien mit dem höchsten CO2-Ausstoß aus dem Anlageuniversum rausgeworfen. In diese wird also nicht investiert. Außerdem werden besonders kontroverse Unternehmen rausgeschmissen, die nach einem gewissen Controversy-Scoring die Kategorie 5 erreichen, also ganz besonders kontrovers sind. Darüber hinaus fliegen alle Beteiligungen an der Waffenindustrie raus und Unternehmen, die mehr als 10% ihres Umsatzes mit Kohleherstellung verdienen. Wenn man den Komma-ETF jetzt mal mit größeren, klassischen, nachhaltigen ETFs vergleicht, dann ist sein Nachhaltigkeits-Screening hier ziemlich schwach. Das Ziel war hier sehr wahrscheinlich, die allerschmutzigsten der schmutzigen Unternehmen herauszuschmeißen, aber keinen nachhaltigen ETF zu bauen. Um das zu erreichen, müssten die Nachhaltigkeits-Kriterien nochmal deutlich strenger sein, so wie es zum Beispiel der Fall ist beim MSCI World SRI. Soweit die Zusammensetzung des ETFs und welche Kriterien hier einfließen bei der Aktienauswahl und Gewichtung. Kommen wir einmal zur Diversifikation. In diesem Bereich hat Gerd Kommer einen neuen Begriff geprägt, den ich bisher so noch nicht gelesen habe und das ist die sogenannte Ultra-Diversifikation. Tatsächlich dürfte sich diesen Begriff eine findige PR-Agentur ausgearbeitet haben. Fun Fact an der Seite, normalerweise spricht sich Gerd Kommer ja eher gegen solchen Marketing-Sprech aus. Also schauen wir uns mal an, wie diversifiziert der Komma-ETF überhaupt ist. Denn eins ist klar, die vorherigen Faktoren, die er mit berücksichtigt hat, also das Faktor-Investing, das ESG und Loser-Screening, sind ja eigentlich drei Dinge, die gegen Diversifikation sprechen. Wenn ich Faktor-Investment betreibe, dann möchte ich ja genau die Unternehmen ausschließen oder zumindest von der Gewichtung so gering halten, die meinen Faktoren am wenigsten entsprechen. Aus diesem Grund beißt sich aus meinen Augen so ein kleines bisschen der Wunsch des Faktor-Investings mit dem Wunsch der maximalen Diversifikation. Vergleichen wir jetzt mal den Gerd Kommer Index, also nicht den ETF, mit dem ACWI Index. Eingangs habe ich ja schon gesagt, im Gerd Kommer Index sind fast 5000 Einzelaktien enthalten und im MSCI ACWI IMI über 9000 Werte. Das ist wirklich sehr breit diversifiziert, auch wenn der ACWI fast doppelt so viele Werte hat. Nichtsdestotrotz geht es bei der Diversifikation nicht nur um die reine Anzahl der enthaltenen Aktien, sondern auch um das Gewicht der Top-Werte. Schauen wir uns deswegen mal im Vergleich die Top-10-Positionen dieser beiden Indizes an. Hier fällt auf, dass der Kommer ETF doch etwas diversifizierter als der ACWI ist. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es beim Kommer ETF auch noch die Regel gibt, dass einzelne Aktien nicht mehr als 1% des Portfoliowertes haben dürfen. Das ist bei zwei Werten, nämlich Meta und ExxonMobil zwar der Fall, aber das wird sich sehr wahrscheinlich mit dem nächsten Rebalancing wieder ändern. Insgesamt, wenn man die Top-10-Positionen aufsummiert, machen die 8,34% des gesamten Gewichts des Kommer ETFs aus, während es beim ACWI fast 16% sind. Wir sehen also hier, dass der Kommer ETF zumindest in den Top-10-Werten deutlich besser diversifiziert ist, weil die Top-10-Werte weniger Gewicht vom Gesamtindex ausmachen. Wenn wir uns die Aufteilung in Währungen anschauen, fällt hier auf, dass der Kommer ETF doch deutlich mehr in Euro-Aktien investiert ist und weniger in US-Aktien. Das ist für uns in Europa ansässige Investoren natürlich dahingehend interessant, dass wir weniger Währungsrisiko haben. Auf der anderen Seite ist ein Währungsrisiko natürlich auch eine Währungschance. Gerade in den letzten Jahren ist ja der US-Dollar ziemlich gut gelaufen im Vergleich zum Euro, was für uns als europäische Investoren in den MSCI World natürlich positiv war. Kommen wir einmal zu den Kosten des ETFs, denn auch das ist natürlich ein Punkt, den Gerd Kommer in seinen Büchern immer aufgearbeitet hat, dass man möglichst kostengünstig investieren soll. Wie sieht es also jetzt mit seinem eigenen Produkt aus? Seinen ETF bekommt man für eine TER von 0,5%. Im Vergleich zu herkömmlichen Welt-ETFs ist das vergleichsweise teuer. So bekommt man zum Beispiel den günstigsten Welt-ETF, den Amundi Prime Global, für gerade mal 0,05%. Ein ETF auf den ACWI IMI von Spyder gibt es derzeit für 0,17%. Im Vergleich zu diesen ETFs wirkt der Gerd Kommer ETF natürlich zunächst einmal teuer. Aber der Vergleich wäre ein kleines bisschen unfair, denn man sollte ihn eigentlich eher mit Multifaktor-ETFs vergleichen. Wie zum Beispiel mit diesem iShares MSCI World Multifaktor, der ebenfalls 0,5% kostet. Der Fonds von seinem Freund Andreas Beck, den Global Portfolio One, zu dem wir ebenfalls ein Video produziert haben, der kostet sogar etwas mehr als Komma, nämlich 0,7% und der Arero, den wir uns auch schon mal angeschaut haben, kostet 0,5%. Dieser ist aber auch nicht ganz mit dem Komma vergleichbar, denn der hat nicht nur Aktien drin, sondern auch einen großen Anleiheanteil. Zu den Kosten lässt sich also zusammenfassend sagen, wer weltweit gestreut in Aktien investieren möchte, der kann das Ganze nochmal einen Ticken günstiger haben, indem er sich selbst ETFs heraussucht. Wer gerne die Komma-Strategie mit ihren verschiedenen Finessen umsetzen möchte, der ist mit 0,5% dabei. Was aber verglichen zu anderen Multifaktor-ETFs üblich ist. Übrigens, wenn ihr mehr Informationen zum Gerd-Kommer-ETF finden möchtet, dann findet ihr den natürlich auch in unserer ETF-Suche. Wer möchte, das mal unten verlinkt. Dort werdet ihr zwei Varianten finden, einmal eine thesaurierende Variante und einmal eine ausschüttende Variante. Hier könnt ihr euch dann entscheiden, was euch lieber ist. Die ausschüttende Variante schüttet viermal im Jahr aus, also vierteljährlich, derzeit im März, Juni, September und Dezember. Ziemlich lustig sind auch verschiedene Details, wenn man sich zum Beispiel mal die Xetra-Börsenticker anschaut. Dann ist der Ticker für den einen ETF Gerd und der Ticker für den anderen ETF Kommer. Jetzt, wo wir gesehen haben, wie aufwendig die Mythologie dieses ETFs ist und was das Ganze kostet, stellen wir mal die Frage, lohnt sich denn das Ganze? Wenn man sich die historische Performance anschaut, ist die Antwort zunächst einmal nicht wirklich. Der wohl vermutlich stärkste Kritikpunkt am Gerd-Kommer-ETF ist nämlich die vergangene Performance. Der ETF wurde zwar erst im Juni 2023 veröffentlicht, allerdings ist der Index bis zum Juni 2017 bereits zurückgerechnet worden. Deswegen können wir den Kommer-Index auch mal mit einem ACWI-IMI-Index vergleichen. Und tatsächlich liegt er hier im Vergleich etwas hinter dem ACWI. Der Kommer-ETF hat rund 6% Rendite pro Jahr gebracht, während der ACWI 8 brachte. Und beide ETFs haben eine ziemlich ähnliche Volatilität, also ein ähnliches Risiko. Zu diesem Performance-Unterschied muss man aber auch sagen, dass er nicht sonderlich repräsentativ ist, denn der Betrachtungszeitraum ist ziemlich kurz gewählt. Wenn man einen neuen Fonds aufsetzt, ist es ziemlich leicht, sich rückwirkend schön zu rechnen, indem man einfach eine Methodologie entwickelt, die in der Vergangenheit wunderbar gelaufen wäre. Damit hat man dann gleich zum Start seines Fonds oder seines ETFs einen super Track-Rekord, auch wenn noch kein Investor mit diesem Produkt hat Geld verdienen können. Das ist ein nicht unüblicher Marketing-Trick in der Fondsgesellschaft und deswegen bin ich ziemlich froh, dass Gerd Kommer hiervon abgesehen hat. Und seine Methodologie aufgebaut hat, auch wenn sie im Rückspiegel vielleicht etwas weniger attraktiv aussieht. Kommen wir jetzt einmal zum Fazit und der Frage, sollte man in den Gerd Kommer-ETF investieren? Zunächst einmal finde ich es ein ziemlich spannendes Produkt, wo Ansätze mit drin sind, die ich so bisher noch nicht gesehen habe. Beispielsweise die hälftige Gewichtung durch Bruttoinlandsprodukt. Dass im ETF Faktor-Investing mit betrieben wird, wundert mich nicht, denn Gerd Kommer hat in seinen Büchern schon viel dazu geschrieben. Und wendet diese Strategie auch bei seinem Robo-Advisor an. Wie sinnvoll das Loser-Screening ist und ob das wirklich die Performance verbessert oder ob das ein schönes Marketing-Gimmick ist, das lässt sich nur schwierig einschätzen. Auch das ESG-Screening ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Hierauf hätte man in der ersten Version vielleicht verzichten können, um dann ähnlich wie beim Arero eine zweite Version des ETFs herauszubringen, die gewisse ESG-Kriterien berücksichtigt, diese dann aber umso konsequenter. Stören tut das Screening auf der anderen Seite aber nicht wirklich. Die Kosten sind ein Ticken höher, als wenn man sein Portfolio selbst mit kostengünstigeren ETFs zusammenstellen würde. Auf der anderen Seite ist der ETF aber auch günstiger als der Kommer-Robo-Advisor, der 0,7% kostet. Von Robo-Advisern insgesamt bin ich zugegebenermaßen nicht der allergrößte Freund. Deswegen finde ich den Ansatz, jetzt einen ETF anzubieten, deutlich attraktiver. Ich persönlich investiere nicht in den Kommer-ETF, weil meine Anlagestrategie schon steht. Wir haben aber tatsächlich keine wirklichen Redflags festgestellt, die von einem Investment in sein Produkt abraten würden. Insgesamt empfehlen wir, in ETFs zu investieren, die schon einige Jahre am Markt sind und die mindestens 100 Millionen US-Dollar an Fondsvolumen haben. Damit stellen wir sicher, dass der ETF auch für den ETF-Anbieter attraktiv ist, sich rentiert und somit über Jahre hinweg fortgesetzt wird und nicht irgendwann geschlossen wird. Denn sollte der Kommer-ETF für LNG oder für das Kommer-Team nicht rentabel sein, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der ETF geschlossen wird. Das hat Gerd Kommer in der Vergangenheit ja mit Weltportfolio.org schon konsequent durchgezogen. Da der Fonds nach wenigen Monaten aber schon die 100 Millionen Marke gebrochen hat, halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass der ETF wieder eingestellt wird, für ziemlich gering. Wie immer liegt also die Anlageentscheidung bei euch. Wenn es ein Produkt ist, was euch zusagt, dann könnt ihr das ja mal beimischen oder einen Sparplan hierauf aufsetzen. Wenn ihr sagt, nö, ich mache das lieber selbst, dann ist auch das sicherlich eine Option, die Gerd Kommer euch sicherlich verzeihen wird. Das war soweit auch schon unser Video. Gebt uns gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Geldanlage, Anlagestrategie und Finanzprodukte, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.